Mein Name ist Dag Wente. Ich bin bei Vera für den Export West-, Süd- und Nordeuropa zuständig und arbeite seit 400 Jahren im Unternehmen. Die Firma Vera hat dieses Jahr ein 75-jähriges Jubiläum, das heißt wir wurden 1936 gegründet. Wir exportieren in über 100 Länder dieser Erde. Wir sind Marktführer in Deutschland und in Europa. Ein Highlight auf dieser Messe ist der Zyklop, eine Ratsche mit fünf Funktionen, das heißt eine Ratsche, die fünf Ratschen in sich beinhaltet. Das zweite Highlight ist ein neuer Bit-Check, den wir präsentieren. Der beinhaltet 29 Bits inklusive Viertel-Zoll-Adapter, unsere Mini-Ratsche plus Verlängerung und sieben Viertel-Zoll-Steckschlüsseleinsätze. Vera-Werkzeuge werden in allen Bereichen eingesetzt, sprich in der Automobilindustrie, hier in der Maschinenindustrie, deshalb stehen wir hier, im Offshore-Business, wir sind Marktführer im Aircraft-Tool-Business, in allen möglichen Bereichen. Ich liebe an diesem Unternehmen die Teamfähigkeit meiner Kollegen, unserer Kollegen, die wir alle zusammenarbeiten und die Innovationen unserer neuen Produkte, die wir am Markt haben und die wir nächstes Jahr wieder vorstellen werden.